Hallo meine Fotzibärchens und herzlich willkommen zum Staffelfinale von GORMINISTER SCHNEIDET. Ja, was schneiden wir heute? Heute schneiden wir einen Pilz, aber bevor das soweit ist, haben wir noch einen Stargast, der sich jetzt hier materialisiert. Genau! Der Wette Filmelf ist hier und wir schneiden heute was? Diesen Pilz. Und was brauchen wir dafür? Genau! Ein Messer und einen Pilz. Und jetzt schneiden wir den Pilz. ARD Text im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020